Bei der nächsten Übung geht es darum, ein Inhaltsverzeichnis so zu formatieren, dass zwischen den Inhalten und der Seitenangabe solche Punkte eingestreut sind. Ein Inhaltsverzeichnis lässt sich natürlich auch automatisch generieren mit Word. In diesem Fall zeige ich dir aber, wie du das ganz einfach auch manuell machen kannst. Ich überfahre dieses Inhaltsverzeichnis. Du siehst, es hat schon Tabulatorschläge drin, aber die Seitenzahlen sind noch nicht untereinander ausgerichtet, weil eben noch kein Tabstopp im Lineal oben definiert wurde. Wiederum wählen wir hier oben den entsprechenden Tabstopp, nämlich einen rechtsbündigen. Ich tippe bei 14 unterhalb des Lineals und jetzt werden diese Seitenzahlen ausgerichtet. Fehlen noch diese Punkte dazwischen, die können wir einfügen, indem wir diesen Tabstopp noch konfigurieren. Mit einem Doppelklick auf das Tabstopp-Symbol erhältst du eine Liste mit allen enthaltenen Tabstops, in diesem Fall natürlich nur einer. Ich wähle ihn aus und kann hier als Füllzeichen diese kleinen Punkte wählen. Hier könntest du also auch die Position noch nachträglich numerisch ändern und die Ausrichtung ebenfalls noch anders festlegen. Jetzt ist unser Inhaltsverzeichnis genauso, wie es verlangt wird. Jetzt ist unser Inhaltsverzeichnis so, wie es verlangt wird. Untertitelung des ZDF, 2020